Der Hafner ist unser Entwicklungsgebiet für bezahlbares Wohnen, für durchmischte Bebauung, also sozial durchmischt, natürlich alle Einkommensklassen und ökologischen Vorbild für alle Quartiere in Konstanz. Der Hafner ist für mich deswegen besonders, weil er moderne Wohnkonzepte mit ökologischen Standards und einfach zukunftsträchtigen Gedanken verbindet. Es ist gelungen, an der Stelle einen Dialogprozess aufzusetzen, wo wir am Anfang noch gar nicht gewusst haben, wie gebaut werden soll, sondern es uns die Bürgerschaft erklärt hat, wo ihre Bedürfnisse sind. Wir als Planer sind offen für diese Anregung und alle Kritik oder auch Anregungen, es gab auch positive Anregungen und sehr spannende Anregungen, zum Beispiel auch von Schülern, die fließen ein. Wir sehen diesen Planungsprozess als iterativen Prozess. Das heißt, wir gehen zurück, prüfen unsere Ziele und definieren die unter Umständen auch neu. Das heißt, wir gehen zurück. Vielen Dank.